Servus Leute, willkommen zurück zu Metroid Prime. Im letzten Partei haben wir Metroidle besiegt und sind in Einscharkskrater gekommen und hier nerven uns Metroids. Geile Eröffnung, meine ich. Ich werde die Drecksteile nicht los. Die spalten sich die ganze Zeit. Verpisst euch. Lass mich hier weg. Lass mich hier weg. Flammenwerker. Doch, Flammenwerfer. Lalalala. Werden sie sowieso jetzt auffüllen. Aber der Flammenwerfer bringt gegen die nichts wahrscheinlich. Okay, ich muss. Außenstehen rechts. Eigentlich muss ich da hoch. Nein! Das hält man ja im Kopf nicht aus. Ich wollte dich eigentlich grad scannen. Ich darf's. Spalten, Metroid. Ich darf's. Ah. Mistvieh, ich verkackte es. Da ist noch einer, ich glaube es nicht. Natürlich ändert er mich am Sprung. Mir reicht es. Mann, zu Kuckuck kann ich ihn nicht schaden. Ja, verpisst euch. Weg. Jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Könnt ihr dem Mistvieh aufhören? Ohne Powerbomb sehe ich ihr alt aus. Und ich habe natürlich keine. Verpisst euch. Ich muss rennen. Geht nicht anders. Und er merkt schon, dass ich es schneller als ich. Ja, da ist der Ice Beam und der andere. Ich halte es im Kopf nicht aus. Ich halte es im Kopf nicht aus. Der beißt mich einfach so. Das reizt. Man merkt, glaube ich, dass ich angepisst bin. Ich halte es dir. Ah. Was ist noch los mit dem Spiel? Die Artefaktsuche war scheiße, das ist auch scheiße. Such doch einen anderen Idioten. Er darf mich zu schubsen, ihr verwichsten Viecher. Ey, willst du mich verarschen? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Kann ich irgendwie aufhören? Wisst ihr was, wir werden jetzt zugucken, wie wir sterben, wissen wir doch, das ist egal. Ja, fress nicht. Was für ein Wichser hier. Ja, fress nicht. Ja. 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 Hallo, Töte-Di da. Scheißtauf. Ne Powerbombe, danke. So, verwichsen Viecher. Ich komme nicht da hinter mir hoch. Scheiße, da ist eins. So. Da muss ich hoch. Ich habe das Match heute gehört, ich flüchte einfach. Links lang. Ne, falsch. Scheiße. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Da ist es wieder. Guck mich nicht so an. Da hoch muss ich irgendwo hin. Da hoch muss ich. Schon wieder eins da. Ja. Ja. Schrein. Ne Latte. Verpisst euch. Na. Bring mich um. Ne, ohne Powerbombe mache ich das nicht. Ist jetzt lehm, aber mir ist es geil. Habe ich nicht irgendeinen Süßkamm da, um mir Zeit zu vereinfachen? Was für ein Bock Mist. Ich habe zwar Milky Way hier. Na gut, ich habe zwar Halsschmerzen, aber die brennen sie blöd nicht so im Hals. Oh, die Schere. Ja, ist vielleicht lame, dass ich das so mache, aber ist mir egal. Weil ganz im Ernst, das Spiel ist jetzt so ein Arschloch, da ist es mir auch egal. Ich will einfach nur ein schönes Spielvergnügen haben, so wie es schon die ganze Zeit immer im Spiel war. Aber ab der Artefaktsuche ist es jetzt irgendwie scheiße. Naja, nicht ganz. Der Kampf mit Ridley war irgendwie geil. Ich habe zwar einmal verloren, aber er war trotzdem geil. So. Ich habe fünf Powerbomben. Ich weiß da gar nicht, ob ich mehr bekommen kann. So. Ich muss rennen. Nein. Nein. Wehe dir! Oh ja. Verficktes Metroid. So. Wo ihn jetzt? Da lang. Nein. Das klappt doch auch nur du, du Kackteil. Bin ich richtig? Ähm, ne. Nicht ganz. Was? Was ich da rübergehe? Nein, 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 nein. Schon wieder? Schon wieder? Du grausiges Mistviech. Genau. Also ist das noch schlimmer? Aber es gibt mir nicht wieder. Dies ist noch ganz ganz schön. Die verhulten Wichsviecher könnte mich nicht einfach in Ruhe lassen. Ein Versuch geht es euch in den Park noch raus. Wenn ich die Metro zu wenigstens komplett vernichten könnte, aber irgendwie ist es nicht so. Weil irgendwie überleben sie alles. Vielleicht dürfen sie mich einfach nicht sehen. Okay, wo ist es? Da, 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 wo ist es? Ich habe schon wieder eins gehört. Ich glaube es nicht. Ich muss nur darüber, sonst nichts. Das war jetzt glaube ich meine letzte Powerbombe. Nein! 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 Wehe! Falscher Beam! Verpiss dich, du Metroid! Oh, danke, danke, danke! Das war ja eine Qual! Okay, das geht. Ja, das ist in Ordnung. Wer auch immer solche Gänge baut, aber egal. Was ist denn das da? Ein Gesicht! Ein dickes, hässliches Gesicht! Da ist der Mund. Ja gut, jetzt habe ich auf die Stille geschossen. Da sind die beiden Augen. In der Mitte ist die Nase. Oh, nein! Egal. Also, das ist das. Ich bin aber auch immer so. Dann haben wir hier gesagt. Ich bin aber auch sehr. Deine überledubte. Ich bin erinner. Das war ja auch schon. Ich bin aber auch sehr, sehr, sehr. Ich bin aber auch sehr. Ich bin aber auch sehr. Okay, was auch immer du bist, was auch immer du bist, ich glaube wir gegen dich müssen in den nächsten Part kämpfen, sorry, ähm, sorgen für den Cliffhanger, aber Zeit ist überschritten also, hm, das war Metro Prime, ich hoffe es hat euch gefallen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, super!